Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter & Krohn. Heute mal wieder mit einer Erweiterung und zwar der Erweiterung ein neues Kapitel für alte dunkle Dinge. Alte dunkle Dinge, ein Würfelspiel mit so einem coolen Pulp-Horror-Thema, das ich auch mal vorgestellt habe. Wer es nicht kennt, schaut sich die Rezension gerne an der Stelle hier nochmal an. Und jetzt eben auch die erste Erweiterung auf Deutsch, auch bei Feuerland erschienen, in dieser Blue Line, wie alte dunkle Dinge selbst eben auch. Und es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, obwohl es eigentlich gar nicht mehr ganz stimmt, weil es jetzt hier eine Fünf-Spieler-Variante erweitert wird. Es steht allerdings zwei bis vier drauf, eigentlich wäre zwei bis fünf jetzt richtig, dauert so eine gute Stunde und ab 14 Jahren wird es empfohlen. Vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich deutlich einfacher, mag am Pulp-Horror-Thema liegen, kann man jedenfalls auch mit jüngeren Spielen. Den Häuptling Wilde Himbeere spielt das auch schon mit, wenn man sich an dem Thema nicht stört oder sagen wir mal, wenn man Spaß hat an so einem düsteren, trashigen Pulp-Horror-Thema. Dann kommt man da mit den Mechaniken, glaube ich, auch sehr schnell zurecht. Und mit der Erweiterung kommen jetzt einige neue Karten. Es gibt so von jeder Kartenart neue, es gibt neue Errungenschaften, neue Ausrüstungskarten, neue Handlungskarten, einen neuen Charakter, damit man es jetzt eben auch zu fünft spielen kann. Und noch Karten, um das Ganze jetzt auch, um aufs Brett verzichten zu können, um das Ganze dann unterwegs zu spielen. Also freiwillig aufs Brett verzichten würde ich zu Hause nie, weil das ja irgendwie auch schön illustriert ist. Und ich finde eh, bei Alte Dunkle Dinge, Alte Dunkle Dinge lebt sehr von der Atmosphäre und dem Look. Also die Sache mit dieser Reisevariante ist, wie der Name schon sagt, auch wirklich nur für die Reise gedacht. Ich werde euch jetzt die neuen Sachen hier aus der Erweiterung, ein neues Kapitel, mal kurz im Detail vorstellen. Es gibt jetzt einen fünften Charakter, die Prophetin. Da kann man das Ganze jetzt auch zu fünft spielen und die beginnt einfach das Spiel schon mit zwei von diesen alten dunklen Geheimnissen. Also letztlich, kurz gesagt, mit zwei Siegpunkten. Ansonsten ändert sich aber bei ihr auch nichts gegenüber der Mechanik, den die Charaktere aus dem Grundspiel haben. Neu und thematisch wirklich cool ist natürlich, dass es jetzt Besessenheitskarten für die einzelnen Charaktere gibt. Ist optional, kann man mitspielen, kann man auch weglassen. Das bedeutet dann, jede Figur hat eine eigene Besessenheit, ist von einer bestimmten Art von Herausforderung sozusagen besessen. Und wenn man diese Besessenheit bis zum Spielende nicht los wird, dann erhält man halt hierfür nochmal Minuspunkte in Form von so einem alten dunklen Ding. Zum Beispiel hier bei der Erbin eben die Besessenheit von Schurkenbegegnungen. Also immer, wenn ein Mitspieler gegen eine Schurkenbegegnung scheitert und deine Charakterscheibe noch auf dem Flussboot liegt, kannst du dir diese Begegnung jetzt reservieren. Die Begegnung wird dann nicht abgelegt und der Mitspieler bekommt keine Marke dunkles Ding. Den Wertmarken, die er von der Begegnungskarte genommen hat, muss er soweit möglich wieder zurücklegen. Und dann setzt man anschließend seine eigene Charakterscheibe eben auf den Ort mit dieser Begegnung und muss dann seinen nächsten Spielzug dort durchführen. Also man kann sich eben diese Begegnungen reservieren, von denen man besessen ist. Wie wird man das Ganze los? Sobald du eine reservierte Schurkenbegegnung bezwingst, darfst du diese Besessenheit abwerfen. Weil sonst ist sie eben bei Spielende 2 hier diese Minus-Tentakel-Siegpunkte wert. Dann gibt es auch ein paar neue Ausrüstungskarten, zum Beispiel hier was mit dem Filzhut. Immer wenn sich ein Mitspieler einer Falle Begegnung stellt, kann ich veranlassen, dass jeder nicht aktive Spieler eine Handlungsmarke bekommt. Oder hier links Kopf, da bekommt man dann bei Spielende ein altes Geheimnis pro Errungenschaftskarte, die man besitzt. Und so weiter und so fort. Dann gibt es auch neue Handlungskarten, natürlich sowas wie den Unglücksbringer. Dann nimmt man dann eine zufällige Marke Dunkles Ding aus der Spielschachtel und legt sie auf einen Ort seiner Wahl. Oder ja, kosmischer Traum, man legt eine der Marken Dunkles Ding zurück auf die Reiseleiste. Oder harte Nuss, beim nächsten Neuwurf kannst du beliebig viele deiner Würfel liegen lassen. Einfach nochmal ein paar neue Handlungskarten. Dann gibt es natürlich auch neue Begegnungskarten, wie hier zum Beispiel Begegnungskarten, die diese neue Würfelart, den Offenbarungswürfel mit ins Spiel bringen. Da muss man nämlich, wie üblich natürlich, wenn man sich dieser Begegnung stellt, die unten angegebene Kombination mindestens erfüllen, aber auch zusätzlich eben mit dem Offenbarungswürfel mindestens das erreichen, was rechts oben extra jetzt nochmal angegeben ist. Also besonders hartnäckige Kreaturen, wie man sieht, bringen die aber auch immer zwei Symbole von ihrer jeweiligen Kategorie mit sich. Oder auch neue Begegnungskarten, die ich besonders gerne mag, nämlich welche, wenn man gegen die scheitert, dann muss man die Marke Dunkles Ding gar nicht nehmen, sondern legt sie einfach ab. Also Begegnungen, denen man sich vollkommen gefahrlos stellen kann, weil wenn es schief geht, passiert halt auch nichts Schlimmes. Oder auch hier, jetzt gibt es Begegnungen, die jeweils zwei verschiedenen Kategorien angehören. Und es gibt die ganz neuen Ereignisse, die dann wirklich vorübergehen. Die Ortsaktion an der Stelle, wo das Ereignis auftaucht, außer Kraft setzen, so lange, bis da jemand hingeht und sich dem Ereignis stellt. Aber da passiert dann ansonsten auch nichts weiter. Da gibt es keine Begegnung, einzuheimsen und so. Und ja, die können zum Teil schon sehr unangenehm sein. Zum Beispiel bei dem Ereignis hier, da hat wirklich jeder nur noch einen einzigen Nachwurf mit den Würfeln, so lange, bis irgendeiner der Abenteurer da hingeht und sich diesem Portal stellt. Oder hier, bei Lichter aus dem Jenseits, darf jeder nur noch eine einzige Handlungskarte pro Zug benutzen. Und auch das gilt, bis irgendjemand halt da hingeht und dafür sorgt, dass dem in Zukunft nicht mehr so ist. Dann gibt es mit dem neuen Kapitel noch vier neue Errungenschaften. Also mit dem aus dem Grundspiel sind es jetzt insgesamt acht. Das sind die Sachen hier, Schroffer Veteranen. Da will man ein Set aus je einer Begegnung jeder Art haben, um das zu bekommen. Hier eine dreifache Kombo. Da will man alle seine drei Handlungskarten in einem Zug spielen, eben in einer Kombo. Bei Profiausrüster will man vier Ausrüstungskarten haben. Und bei Zielstrebig will man einen Stapel, ja Wertmarken oder ein dunkles Ding würde auch zählen, der mindestens sieben Marken enthält. Und dann kann man mit der Erweiterung jetzt alte, dunkle Dinge auch als Reiseedition spielen. Dann kann man eben auf den Spielplan verzichten. Nützt hier die kleine Box der Erweiterung mit so einem Inlay als Würfeltableau. Kann da reinwürfeln und die Orte gibt es jetzt einfach als Karten. Die legt man so aus, Handelsposten, Flussboot, die einzelnen Orte, wo man die Begegnungen hat und auch die Reiseleiste existiert als Karte. Ja, und dann kann man alte, dunkle Dinge eben plattsparend mitnehmen, wenn man mag. Zu Hause würde ich natürlich nach wie vor mit dem großen Spielplan spielen, weil das atmosphärisch natürlich einfach noch mehr hermacht. Was ich ganz witzig finde, ist tatsächlich die Würfelbox hier, wo er kein richtiges Würfeltableau hat, kann das natürlich auch zusätzlich zum Spielplan und dem normalen Grundspiel zu Hause nutzen, wenn er mag. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, alte, dunkle Dinge ist ein Spiel, das bei mir vor allem durch sein cooles Thema, durch dieses Pulp Horror Setting überzeugen kann. Und nicht unbedingt, weil es so großartige, tolle Würfelmechaniken hat. Es funktioniert alles sehr gut, es macht auch Spaß. Aber er findet jetzt das Rad nicht neu. Seinen Platz in meiner Sammlung sicher hat das Spiel eben wirklich durch dieses coole, trashige Pulp Horror Thema. So ist es jetzt auch mit der Erweiterung. Man bekommt einfach mehr von dem, was man da schon kennt und mag. Mehr Ausrüstungskarten, mehr Handlungskarten, noch eine weitere Figur. Aber vom Effekt her, die die da hat, ist das jetzt auch nicht der Redewert. Und ja, es ändert sich daher nicht wirklich viel am Spiel. Diese eine neue Würfelart, die kommt halt bei ein paar wenigen Monstern ins Spiel. Ansonsten ändert sich da am eigentlichen Spielablauf eigentlich fast gar nichts. Es gibt jetzt halt diese neuen Ereignisse. Das ist vielleicht die größte Änderung, dass sich dadurch halt manchmal die Ortsaktion eben komplett verändert, durch das Ereignis, was da liegt, vorübergehend ersetzt wird. Das ist alles schon ganz nett, ohne jede Frage. Aber jetzt auch nichts absolut Revolutionäres. Das bedeutet, man bekommt einfach als Fan von Alte Dunkle Dinge mehr von dem, was man da schon kennt. Dadurch auch natürlich ein bisschen mehr Abwechslung und Varianz. Da macht man mit Sicherheit nichts falsch. Aber wer jetzt mit Alte Dunkle Dinge gar nicht so warm geworden ist, oder sich mit dem Grundspiel ohnehin noch begnügt, der verpasst jetzt auch nicht allzu viel, wenn ihr hier auf das neue Kapitel verzichtet. Bei mir ist es eben, wie gesagt, auch so, es ist jetzt kein Spiel, das hier jede Woche irgendwie mehrmals auf den Tisch kommt, sondern es wird wirklich irgendwie ein paar Mal im Jahr, jetzt im letzten Jahr war es zumindest so ein paar Mal im Jahr, dann irgendwie nachts noch rausgeholt für irgendwie eine späte Runde, noch ein Stündchen Alte Dunkle Dinge. Da ist das ganz cool. Von daher, ja, ich brauche da jetzt auch nicht eine Unmengenanzahl an Erweiterungen, weil das Spiel dann halt doch nicht so oft auf den Tisch kommt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, durch das coole Thema halt trotzdem seinen Platz in meiner Sammlung sicher hat. Ich danke euch wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare unter dem Video, über den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.